Welchen Skin findet ihr besser? Den hier, dann liked oder den hier, dann kommentiert und könnt ihr mir bitte Follower lassen, das wäre ganz nett. Ich habe heute kein Höschen an. Weißt du, was das heißt? Och nee, du hast die Wäsche immer noch nicht gemacht. Warum ich Kopfhörer trage, weil ich die Welt nicht mehr hören will. Ich bin ein bisschen küsse und dein Humor. Ich bin ein bisschen küsse und dein Humor. Oh, ich bin verrückt und so sehr verwirrt, weil meine Liebe zu jeder Stunde stärker wird. Ich habe nur eine kleine Frage an dich, denn erzähle mir jetzt bitte... Und wir treten uns den ganzen Tag. Ich weiß nur was ist. Wir sind alle, alle, alle. Wir sind alle, 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 alle. Wir sind alle über 40. Haben im Leben nichts von mir. Ich bin schwanger. Ist das nicht schön? Wie? Du bist schwanger? Als du mich damals geküsst hast, da hast du zu mir gesagt, ich soll die Brille absetzen. Du solltest die Brille absetzen, du Taubenuss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ich bin du bist mein du bist mein kon ich habe ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich verlore ich bin es es kommt nie an bei dir verliere ich mein baby bitte komm heim es war nicht so gemein ich weiß ich bin nicht einfach und es ist Sie sagt, sie kann nicht ohne mich, ja, ja, sie sagt, sie kann nicht ohne mich, ja, 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 Sie sagt, sie kann nicht ohne mich, ich bin nicht ohne mich, ja, ja, ja. Alles meins, alles meins, ist nie Steins. Alles meins, alles meins, ist nie Steins. Alles meins, alles meins, ist nie Steins. Oh, meine Süße, die ist immer glücklich. Ich bin so sauer auf dich. Was soll der Scheiß? Ich liebe dein Lachen. Ja, ich lach aber nicht. Hör auf damit. Hör auf damit. Ja, dann machen wir mal auf. Ja, dann machen wir mal auf. Es dreht und knischt. Es riecht sehr stark nach Erdbeerries, verfrüßtete. Machen wir mal den Farbtest. Knallrot, wie das knallrote Blut, wie man hier erkennt. Ja, dann mal Prost. Waa? Please, 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 für dieses schöne Getränk. Man merkt, hier sind künstliche Erdbeeren. Ein Vorschein, es schmeckt sehr künstlich. Man hat sich hier wirklich Mühe gegeben für dieses Getränk. Ja, dann machen wir mal den Farbtest. Tschüss.